Herzlich willkommen zurück zu Tyranny, wo wir heute hoffentlich den letzten Archon ausschalten. Schauen wir mal. Auf dem Weg kotzt ein Pfad einen kleinen Fluss über eine hohe Bogenbrücke. Turkisches Wasser fließt einen Wasserfall mit drei Stufen hinab. Ein starker Geruch von Algen liegt in der Luft, vermischt mit Flieder und Salbei. Außerdem, wie ich letztes Mal gesagt hatte, ich wollte nur bestimmte Begegnungen auslösen. Ich will das Wasser so ungern verschmutzen, aber vielleicht könntest du den Legionär überzeugen, ein oder zwei Schichten Schmutz von seinem Panzer zu waschen. Es wäre für die Gewässer der Stufen eine nette Abwechslung, einmal den Gestank des Oberhandwerk zu waschen, statt immer nur umgekehrt. Kühne, frische Duftbilder, einen scharfen Kontrast zu dem sauren Gestank, die dein Geschmähtengefährte abgibt. Du weißt nicht, wann Barik das erste Mal gebadet hat, aber es ist bestimmt schon sehr lange her. Nun, ähm, Barik, das Wasser ist doch ganz nett und alles, ne? Grund ist, dass ihr kurz am Wasser Rast macht und gehst zu Barik, der gerade seine Wasserschläge füllt. Nutzende jahrelange Erfahrung bei Gerichten formuliert sind kunstvolle Worten, eine sanfte Erinnerung, dass die Geschmähten die Wartung ihrer Ausrüstung äußerst ernst nehmen und das ist der wichtigste Ausrüstungsgegenstand, dass jeden Geschmähten sein eigener Körper ist. Zumindest der Steinschild verwirrt und weiß nicht, worauf sie hinaus will, dann rötet er, Wofür gib mir Schicksalsbinder? Ich war so lange, ich war eingesperrt in diesem, ich konnte nicht hinaus, ich, aber ich hab's gar nicht mehr gemerkt, ich kümmere mich sofort darum. Er sucht sich an einer etwas abgelegenen Stelle im Fluss, als er wiederkommt, ist er nicht mehr mit dem fürchterlichen Gestank umgeben, der ihm monatelang bedeutet hatte und er sieht ein bisschen, ist ein bisschen angenehmer aus. Zumindest weniger, wie als hätten wir ihn gerade von einer karibischen Insel nach einer mehrjährigen Isolation gerettet, ne? So, außerdem wollte er und auch, glaube ich, Lyra noch mit uns reden, dann machen wir das auch mal. Guck mal, der Steinschildstartsturm auf seine wuchtigen Hände. Dem ihm die Haare geschnitten und das Gesicht gleich rasiert wurde, kannst du die verästelten Narben sehen, die sich immer auf seiner Haut befinden. Fade bei... Archon? Nun, fühlst du dich jetzt besser? Ja, der Schmerz hat sich sehr schmerzt, aber die Erinnerung, die Erinnerung hat. Ich glaube, das wird mit mir bleiben, bis ich meine letzte Zauberfläche. Der Great General ist tot, der Schmerz, tot, 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 was ich in meinem Leben habe, verloren. Und in return, was der Welt hat, was die Welt hat? Eine Stongebung, die kann die Zauberfläche aufbauen? Und zwar, es gibt nichts in Ihren Methoden. Ich habe dir zumindest meine Freiheit zu verdanken. Ich habe dir zumindest meine Freiheit zu verdanken. Ich hätte aber gedacht, dass ich mich anders fühle. Vielleicht. Ich habe nicht so gut geprägt, um ein Schicht zu halten. Vielleicht findest du das schrecklich oder ungratlich. Aber ich habe mich an meine Armour gezwungen. Es wurde ein Teil von mir. Und nicht nur physisch. Jetzt werde ich wieder aufpassen. Speziell? Nein, natürlich nicht. Zumindest... ich glaube nicht. Und ich bin froh, dich bei mir zu haben, Barek. Und ich bin glücklich, hier zu sein. Schauen wir weiter, Archon? Gut. Lyra hatten wir noch nicht gesprochen, seit wir ihre persönlichen Probleme weiter aufgelöst haben. Lyra starrt so regungslos in die Richtung von Karkophonie wie eine Eule auf ihrem Ast, während deine warme Brise auserst die Rüssigung die Federn umspielen, die auf ihren Kopf schmücken. Falsch, Binder. Hörer? Ich fühle mich, dass meine Schäuze sich in den Binder zwischendurch zwischendurch drehen. Ich kann nicht wissen, ob sie tanzen oder versuchen, ihren Weg weg zu entfernen. Oder beide. Das klingt dann hart so, dass du versuchen, deine stürmischen Gefühle zu rechtfertigen. Vielleicht... All diese... ...Passion, diese wilde, frenziede Lust... ... ist eigentlich von mir gekommen. Ich gebe es nur meine Schäuze. Oder irgendwas. Weiß ihre Finger vor sich aus und scheint sich sehr viel Schmutz unter ihren Fingernügel zu interessieren. Nun, alles was ich besitze gehört dem Oberherrn, wie ich selbst auch. Die Schäuze... Ich kann nicht erinnern, dass er den Knie zu dir aufbinden. Alles was du planst hast... ...wenn du in das Herz seiner Macht gehen, dann wäre es besser für die Krieg. Ja, ich denke auch. Da ist schon der Geheimnis, wird durch meine Hand fallen müssen. Deine Hoffnung inspiriert mich. Es ist positiv, verdammt infektiv. Die Schäuze hat mehr Jahre hinter ihm, als eine Person kann rechtlich erinnern. Wenn jemand einen Weg zum Verlangen haben, um den Verlangen zu schrauben, wäre es ihm. Wie sollte er das denn tun? Wie sollte er das denn tun? Wie sollte er das denn tun? Du musst aber die Kontrolle über dich behalten. Und du findest heraus, wer Lyra wirklich ist und bleibst Lyra. Jetzt wirst du mich fragen, wie ich mich nicht selbst bin. Und nicht versuchen, mich in eine Sage zu schrauben. Wir haben nichts zu tun, richtig? Dann lass mich dich aufhalten. Und... Dankeschön, Fatebinder. Archon... Archbinder... Nach deinem Service, Fatebinder. Was brauchst du? Ich glaube, ich würde dich behalten, um dich zu schrauben. Lass uns gehen. Wir sehen dich, Fatebinder. Das heißt dann aber auch, dass wir App wieder gegen Sirien tauschen, weil Sirien würde bestimmt auch gerne dabei sein, wenn wir die Kakerlake mit dem Namen Stimmen von der Rat in den Boden treten. Ja gut. Schauen wir mal. So... Ich weiß nicht, ob der Skill besser als Parieren ist, benutzt er das. Wie sieht's denn aus? Ausweichen ist nur... Semi-besser als ein Parieren? So... So... Du hältst noch ein bisschen Genauigkeit. So... Wenn wir aber euch in den Kampf gegen Nerat bringen, dann sollte ich vor allem bei dir noch irgendwie die Ausrüstung kurz überdenken. Weil du hast noch sehr semi-optimale Rüstung vor allem. Vielleicht könnten wir noch irgendwas dagegen tun. Sieht aus dem Gestalterhoten Kurs. Naja, warum nicht? So... So... Und dann muss ich noch die Handschuhe verbessern. Den Helm weiter verbessern. Ich weiß auch nicht, ob wir genug Leder für den ganzen Spaß haben. Das sehen wir dann in einem Moment... 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 Wir müssen noch eine Stufe höher bringen. Das muss ich noch eine Stufe höher bringen. Und das zwei Stufen höher. Und dann verbessern wir das Messerchen noch. Okay. Dann sind wir glaube ich soweit gerüstet für... ...ne Rad. Gut. Irgendwas, was nicht am Arbeiten ist hier. Schmiede ist fertig. Oh, Schmiede ist fertig. Und Bibletik ist auch fertig. Ah, stimmt. Ich hatte Kerns rechte Hand noch weiter reparieren lassen. Die konnten das noch weiter verbessern. Deswegen kann ich das jetzt wieder tauschen. Und dann müssten wir jetzt plus drei Schnelligkeit haben. Weil nur plus zwei Schnelligkeit waren wir dann doch nicht genug. So, okay. Warte mal. Nee, warte. Ach. Ohne noch irgendwas herzustellen. Schwere Rüstung, Immunität gegen Lahm. Naja, nee. Was mir irgendwie so ein bisschen fehlt, ist eine... ...irgendeine richtig gute oder artefakt leichte Körperrüstung. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, irgendwas fehlt da. Oder ich habe irgendwas ganz Wichtiges übersehen. Weil so richtig schönes findet man da eigentlich nie. Es gibt jede Menge hübsche, schwere Rüstung. Aber ich bin irgendwie nie ein Freund davon, schwere Rüstung zu benutzen. Und, ähm... Aber so leichte Rüstung... ...gibt es einfach nicht. Irgendwie sehr schade. Vielleicht noch irgendeine Eisenwaffe herstellen oder sowas. Bei Eisen haben wir noch jede Menge. Wir werden Skongern herstellen. Das ist, naja, auch nur exquisit. Weniger Schaden wird unter 35%. So, nur für Baric. Oh. 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 Warum auch nicht? So. Gut. Dann sind wir hier soweit fertig. Dann haben die Herren hier nichts zu tun. Hier steht es um die Forschung. Okay. Weitere Gegenstände. Dankeschön. So. Und dann wollen wir mal nach... ...Kakophonie aufbrechen. Ja. Vielleicht wollen wir nochmal vorher rasten. Ich glaube, die meisten haben uns beim letzten Rasten nicht dabei. Obwohl, ihr seid alle noch beim Tyrom Rastbonus. Und ich habe auch noch irgendwie so freudig... ...weil Baric sich gewaschen hat in meiner Gegenwart. Genau. Das hat uns sehr freudig gestimmt. Irgendwie. So. Na gut, dann auf nach Kakophonie. Na gut, dann auf nach Kakophonie. Da warten schon die ersten... ...Koros Boys auf uns. Und Girls. Und Girls. Bad ones. So. So. Wie wären wir dann mit denen am besten fertig? Wie wärs denn mal mit... ...dem? Zum Beginn? Ich weiß nicht, ob wir heute um den kümmern. So. 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 Willst du noch so die Rissung nehmen? Du kennst dich aus. Welche Richtung geht es in der Rad? Rosten oder Rosten? Das sind weitere Chorus-Boys und Girls. Ja, das ist ein Schlepp. Ich habe dann die Hand. Ich bin dein Schlepp. Ich bin dein Schlepp! Ich bin dein Schlepp. Ich bin dein Schlepp. Ich bin dein Schlepp. Oh Ich muss mal wissen, dass wir uns immer zaubern, was in diesem Zwinger hier oben abgeht Hm, Tiermenschen, Recruiten und Magier, charmant So Aus dem Feuer Was ist mit aufwärmenden Serien anzugreifen? Das finde ich sehr unhöflich von dir Genau, komm zu mir Bin voll ungefrekt So, normales Stufe, sag mal. Das geht ja richtig ab hier. Noch mehr Einhand können. Nur zieht gegen Beeinträchtigungen. Naja, ne. Dann mehr Einhand schaden, warum nicht? So, jetzt ist es, als ob da oben wieder weitere Gegner auf uns warten. So. 7C. Okay. herrliche speerträger 7c wird gegen uns an sorgen wir dafür dass er nach dem kampf nur noch unter dem namen äh äh lächerliche blutblad bekannt ist wieder aus als gäbe es ein längerer kampf wird dann könnte ich mal hier das feld mit dem mit dem mit 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 I will have to hit harder than that! Rumble before the stormcaller! Hey, Gerns and Kids! Ah! Let's go! Let's go! Let's go! You little sh**! Damn thing couldn't pierce cloth! Wimmy, you'll won't enjoy this as much as I do! Einen sind noch mehr von denen? Was ist das für ein komisches Geräusch? Vielleicht sollten wir aus dem Radius gehen. Wir wissen, dass sie keine Leichen mehr erlassen haben, sondern quasi die gleichen Überreste, die wir normalerweise bei Geistern finden. Wahrscheinlich haben die sich alle hochgejagt, deswegen gab es keine Leichen mehr oder so. Kann ich mir denken. So, seid ihr bereit, eine Ratze zu erschlagen? Ihr Kampf ends hier, Maggot of Unreason! Wir haben keine Intentionen von den Uncounted Korpsen in Ihren Geistern. Ihr lieb für diese Southeren Mongrelen war eine fool's errand. Wir würden sie mit ihnen geschenkt haben, und gegeben ihnen Leben unter Kairos. Sie haben nur ihre Dünn mit ihr rebellious Geistern. Wir könnten sie so großartig sein zusammen sein. Aber instead, wir würden deine Bones fassenen in eine Scepter, deine Skinne in eine Belze, und deine Tongue feden zu Krows. Sie wissen, dass diese Krows die Sprache wissen, die Respekt und Gratitur. Fatesfinder, warte. Die Sprache wurden in meinem Geistern schon seit Jahren gedreht. Okay, was meinst du? Ich sage, dass er uns auf Krokus richtet, dass er uns nach Fort Squander gebracht hat, und dass er mich gelernt hat, was ich dort gelernt habe. Ich sage, dass... vielleicht alles ist, wie sein Plan, insbesondere das. Du denkst, dass wir mehr als Passing interessieren, in diesem Trumpt-Up Barrister haben? Was unser lieber Adjudikator für seine Rationale hat, hat seine Rationale nicht in Frage gestellt. Wie wissen wir, dass ein von zwei Non-Studien würde sich in so richtiges Folle engagieren? Ihr Paranoia delights uns. However, ein Stint in Infiltration hat Sie de-lechtet. Das ist nicht unbedingt die Lyra, die ich kenne. Ja? Wir sind beide schon hier vor, haben wir? Ich bin gleich zurück nach dem Tag, wenn meine Schöne in fronte zu mir sterben. Nur diese Zeit, ich bin wirklich Angst. Vielleicht mein Idiot-Brother hat etwas zu tun. Die letzte Zeit, das passiert. Ich bin froh. Jetzt bin ich mehr Angst, was passiert, wenn wir attackieren. Listen to her, Fatebinder. She shows wisdom beyond her years. The Voices of Nerat is a terrifying, centuries-old mastermind und neither von uns haben wir hier so lange wie ihn. Das Punkt ist wert, dass ich wirklich, ich wirklich, wirklich hoffe, dass Sie verstehen, dass er uns wird. Das stimmt. Wir sagen. Wenn du mit dir aufgehört bist, dann bin ich mit dir. Ich habe meine Schöne von Gangbossinnen und es braucht keinen Genie, dass jemand einen Liedern als Flage und er braucht, um sich verwendet. Keine Offenbarung, Archon. None taken, wretched girl. We have never been more proud of you than at this moment. You are everything the chorus strives to become. Perhaps not all is lost between us, Fatebinder. Perhaps you would be willing to accept a settlement of our Grievances in exchange for the return of our fury. Dieses Gespräch wird unmöglich ein Ende nehmen, bei dem ich Delira oder irgendjemand anderem hier gebe. Sorry, Voices. Looks like I found a new Archon to follow. Sounds like a plan to me, boss. I'll sleep a lot better knowing there's one less parasite in the world. A little spy is right about one thing you know. You're going to die. Screaming. But your awareness will live for eternity. suffering within our Magnificence. Attend to us, darlings. There is more than one way to skin a Fatebinder and we will show you as many as possible. Come, gather around and watch us destroy the Fatebinder. I'm not... We need to know the... At least he doesn't understand each other like Grave and Ash under a Legion, while we just sitting there. But we're already at the same time. Immerhin, I can keep this as good as I do. Das läuft noch? Kannst du es noch an mir noch geben? So, Angriff? Halt genug, was? So, kann ich mir mal helfen hier bei dem Typen hier hinten? Argument von Kiran. Ich habe keine Ahnung wer Kiran ist, aber Kiran wird jetzt... Ich habe keine Ahnung. Okay, wenn du... ...eine Blankstown muss ich nicht mehr. ...eine Blankstown muss ich nicht mehr. Wir haben dich nicht mehr. Niemand hat das gehört. Ist das richtig? Oder? Ah, Serien? Wollen wir mal mit keinen Schurzhorn wieder gerufen werden? Hattest du das nicht? Ach, Scheiße. Die Fähigkeit wurde gelöscht, weil sie kurzzeitig außerhalb von Lendry war und... Ach... Fuck! Mein Gott! Help! ...Agment von Brennix? Was? Das ist nicht ein... Das ist nicht ein... Das ist nicht ein... ...sohn von... ...Arsch? Brennix? Interessant. Willst du mir bitte helfen? ...Naja... ...Brennix ist... ...nicht mehr so ganz gut bei Sache. If you think it will help. Listen closely. The infinite speaks. 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 We have not many. Dann machen wir das zum Spaß mal, Siren. Dann machen wir das. Ich lecke ihn ab, hier kommt man durch den den Wenn du weißt, wenn ein Glück für die Gesundheit wird, dann nennt man das... Hyperluck Beaks Fall before me I could make this better Oh right More or less You... You delightful little surprise We've had our fun, haven't we? But all good things have their end You've defeated us But Kairos is coming The armies of the north march on the tears to clean your magnificent head There is nothing you can do Das ergibt keinen Sinn In ein paar Momenten, wenn du tot im Staub legst, sind die Stufen vereint und das in Kairos Namen Ich bin kein Feind des Oberherrn Still loyal in your heart Still loyal in your heart When you have what it takes to challenge the Overlord If you truly wish to be the Overlord's Lapdog You could throw yourself at Kairos' feet and scream your loyalty We think it likely We think it likely Kairos will destroy you anyway Just to be safe But our time is passing And the future is yours To bungle as you see fit If you do that If you do that just Promise us Promise us your worm your way Into Kairos' heart And make the inevitable betrayal The stuff of legends Make us proud, dear Archon Make... Us... Proud... No! Not like this! We... Were... So... Close! Ha! Ha! Good ridden's asshole. Shouldn't have screwed with me and my sisters. So much knowledge was indeed that... ... kind of creature. If Nirat hadn't such a such a handsome monster I'd almost shed a tear for his passing. Schau mal an, wie viele Tomaten seine Minderung erfüllt haben. Ich glaube, das wäre die meisten von Torturien und Fornication gewesen. Und Schmetterwaffe. Ein bisschen zu spät. Wäre eine lustige Waffe gewesen, keine Frage, aber jetzt so kurz vorm Ende. Du kannst den Deutsch dafür haben. So, gehen wir. Anscheinend müssen wir als nächstes Chaos davon überzeugen, dass es keinen Grund gibt, eine Armee zu schicken. Es gibt keine Feinde mehr. Alle Archons sind entweder tot oder haben sich unter mir vereint. Es ist alles vorbei. Es ist vorbei. Ich glaube, es ist in der Ferne an Bewegung zu sehen. So, schauen wir uns das mal an. Nebenhäuser vom Weg des Steins rissig geworden und von der Sonne gebleicht stehen in einem losen Halbkreis um eine Stelle, an der sich ein Brunnen oder einen Platz befunden hat. Nun aber endet das Land tot abrupt und fällt hunderte Meter in die dunkle Tiefe ab. Aus den Fenstern mehrere Häuser scheint ein violettes Licht. Okay. Schauen wir mal. Richtig leise in ihr an eines der Gebäude heran und zur Salzdecke, um das Haus daneben zu sehen, dessen Wand praktischerweise eingestürzt ist. Nun dann siehst du eine Gruppe von Menschen, die sich im Azulitsplitter versammelt hat. Die fahlvioletten Kristalle, die nach Chaos-Elekt dem ganzen Steinmeer erschienen sind. Du nirgst hier etwas und erkennst, dass sie nur das Allnötigste an Kleidung tragen, um ihre Nacktwert zu bedecken. Ihr Raut ist gezeichnet von Lichtlinien, die in der Dunkelheit des Raums schimmern. Menschen in den gedummten Gebäuden scheinen dich nicht zu bemerken. Ihr ganz oft ist ein Schrein aus Azulitkistan gerichtet, der an einer Ecke des Raums steht und das ganze Haus dominiert. Lichtlinien auf ihrer Haut scheinen primitive Runen zu bilden, ähnlich den Symbolen, die Tiermenschen manchmal an die Haut ritzen. Die Gruppe skandiert einen leisen Sprechgesang, mit dem sie kehren. Im Gefallen in den Eichhonten des Steins darum bitte, die Landwieder herzustellen und sich von ihrem Leid zu erlösen. Gehren ist tot, ich weiß noch nicht, ich sehe jetzt nicht, warum ich die umbringen soll. Könnten wir einfach weggehen, könnten mit ihnen reden, aber was soll man mit denen jetzt genau reden? Wir reden nur mit denen. 142 und rufst der Gruppe einen Gruß zu, was das Chaos aus überraschendem Schreien und eilig erhobenen Missgabe ins Volk hat. Du steckst deine leeren Hände aus und überlegst, was du sagen willst. Was tut ihr hier draußen? Ein Laufbewohner, ein schlachsiger Mann mit strahligen Haaren tritt vor. Du bemerkst, dass deine Haut trocken und staubig ist und an einigen Stellen so rissig wie ausgedörter Erde des Steinmeers. Deine Augen leuchten violett, aber vielleicht spiegelt sich nur das Asolid darin. Wir sprechen zu dem Mann des Berges. Er schenkt uns seinen Segen und schützt uns vor der Grausungkeit der Gegend. Er wird eines Tages aufsuchen, um uns vom tyrannischen Joch des Oberheirn zu befreien. Ganz abgesehen davon, ob Cairn euch noch helfen könnte oder nicht, euch ist schon bewusst, dass dieser arbeitgläubische Götzenwährung hochgradig illegal ist. Wir scheren uns nicht um die Gesetze der ausländischen Invasoren. Sirenen, kannst du dich vielleicht darum kümmern? Diese Leute brauchen offensichtlich Hilfe und sind verwirrt. Viel besser, wenn sie mich anbeten, was? Kaum hat sie den Satz verändert, erhebt sie ihre Stimme zu einer anhaltenden musikalischen Harmonie. Irgendwie linkt es ihr mehrere Noten gleichzeitig zu singen. Die Dorfbewohner richten ihren verschwommenen Blick auf sie und legen langsam ihre Stalle beiseite. Ich habe sie. Was soll ich mit ihnen machen? Nach Halbtor schicken. Nach Halbtor ist das nächste Dorf, ne? Lass sie einfach nach Hause gehen. Den ganzen Scheiß vergessen hier. Laufwohner den dickem Tag mit Seriens sieht und packen ihre Sachen für die lange Reise nach Halbtor. Du setzt deine Reise fort. So. Wir sollten uns mit unseren Leuten hier treffen in der Himmelfahrtshalle. Äh, Tarkis. Ja, das erfüllt von gedämpften Geflüster und manches davon voller Hoffnung, anderes Angst erfüllt. Du nimmst deinen Namen öfter als einmal und nicht immer scheinen die Speichergutes für dir zu halten. Als ich näher ist, bestimmt das Fürsten und alle blicken auf einmal zu dir. Schicksalsbinder! Archehund! Wir wissen, dass Kars Armee nach Süden marschiert, aber wir hatten gehofft, wir hatten den Eindruck, dass wir die Forderung des Oberheirn erfüllt hatten. Und wir versucht haben, für Frieden und Einigkeit zu sorgen. Was haben wir noch falsch gemacht? Nun, Kars hat befunden, dass er die Archehunden voreinander verbeugen oder sich bekämpfen. Zweifelsohne sollen die Truppen des Oberheirn sicherstellen, dass wir nicht unentschlossen bleiben. Haben wir nicht genug getan, um in Stufen Einigkeit zu bringen? Vielleicht sieht der Oberheir den Bürgerkrieg zwischen den Archehunden wie eine Krankheit, die sich ausbreitet. Vielleicht denkt Kars, dass es besser ist, uns allesamt zu verbrennen. Was müssen wir denn noch tun? Ich stand an der Seite, als bei Wachplatz getan hast, was nötig war. Und ich werde auch jetzt an der Seite stehen. Wenn uns Kars wirklich verlassen hat, dann werden die Ungebrochenen an der Seite stehen. Verstehe das nicht. Wenn unsere Realität nicht genug ist, was dann? Sind wir dann gescheitert? Machen wir uns für den Bürgerkrieg verantwortlich, weil wir ihn nicht früher beendet haben? Jetzt nicht die Zeit, um uns der Verzweiflung zu geben. Hört mir zu, der Archehund wird... Der Archehund... Vielleicht sollte sich Kairos ein Sendschreiben schicken und den Oberheirn wissen lassen, dass wir die Vereinigung der Stufen abgeschlossen haben. Irgendwas sagt mir, dass der Oberheir gar nicht zuhören könnte oder dass es ihm egal wäre. Sollte sich aber nur ein Missverständnis aneinander einverstanden, teile Chaos mit, dass sich Stufen unter unserer Kontrolle stehen. Schick die Verstärkung zurück. Nun, der Resonator auf dem Turm des Berges könnte meine Worte bis zu Kairos tragen. Vielleicht warte Oberheir nur bloß auf meine offizielle Kapitulation. Das würde mit Sicherheit die Aufmerksamkeit des Oberheirn erregen. Vielleicht nimmt Kairos an, dass ich bloß ein normaler Archehund bin. Ich muss meine Macht und meine Absichten deutlich machen. Und außerdem bin ich Kairos-Rei ergeben und habe mich viel befohlen und um die anderen Archehunden gekümmert. Nun muss ich Kairos nur noch mit sein, dass meine Mission erfüllt ist. Bitte teilen, wobei auf jeden Fall mit der Kampf vorbei ist. Die Stufen gehören Kairos, das steht nicht mehr in Frage. Es stellt sich nur noch die Frage, ob unsere Loyalität überhaupt eine Rolle gespielt hat. Was ist, wenn das funktioniert? Was ist, wenn die Kapitulation den Anmarsch der Armäen stoppt? Nun, als nächstes werden wir für unsere Loyalität belohnt werden und den Stufen werden Frieden und Wohlstand einzug erhalten. Obt ihr müsst, das ist fast unerträglich. Hoffentlich ist es auch gerechtfertigt. So sei es, Archehund. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Die offene Koalition ist mit dir. So. Dann wollen wir mal unsere Nachricht verkünden. Sie müssen uns ankommen. Wenn ihr von dem Turm aus geht, zieh nicht nach vorne und drückst dein Körper und Verstand in die gierige Umarmung des Turmes. Wenn in der Mitte dieser Flut steht der Resonator, breit deine Stimme zu übertragen und deine Gebote in den entlegenen Winkeln der Stufen darüber hinaus zu schicken. Hier, dem höchsten Punkt der Halbwense, könntest du deinen Willen bis weit nach Norden über die Grenzen der Stufen hinaus holen und bis in die Lande des Nordkönigreichs wirken lassen. Irgendwelche Wünsche, Leute? Wie könntest du so etwas fragen? Ich kann nicht möglicherweise so eine weitreichende Entscheidung machen. Ich bin sorry, dass du mehr Möglichkeiten hast, als dass du Überraschungen hast. Nun, ich bin der letzte Archon der Stufen. Es ist an der Zeit, Kairos auf uns zu richten, dass die Überraschungen abgeschlossen werden. Oh, das wird sicherlich nicht in unseren Exeggungen enden. Kairos würde niemals bemerken, dass seine Archons einander in der Höhe von allen zu kämpfen. Das jüngste Befehl, glaube ich, dass der Oberherr und Nerats Stimmen etwas gemeinsam haben. Beide scheinen fast jedes Verhalten zu vergeben, wenn es mit nachweislicher Stärke und plausibler Loyalität verbunden ist. Ich frage mich nicht, dass ich deinen finalen Entschuldigung nicht beantworten werde. Ich habe dir einen Entschuldigung geworfen. Nur erinnere mich, dass, selbst wenn Kairos entscheidet, dass du unsere jede Aktion von ihren Ordern wählst, sie kann dich trotzdem für den Ergebnis entdecken. Seine Philosophie hält so viel mit Tunans wie Nerats. Ein bisschen das letzte Detail befolgt, der nur ein einziger im Arschwand über die Vereinigten Stufen triumphiert. In Kairos glorreichen Namen beanspruche ich, Siren, die Stufen zum Ruhme des Oberherrn. Durch einen Resonator verstärkt, donnert eine Siegesansprache durch das Tal und in den hinterliegenden Lande. Sekunden später hast du den Wiederhalt einer Stimme von den Bergen. In der Triumphalen Worte dröhnen über ganz Terratos, lauter als jeder Donnerschlag, lauter als jedes Erdbeben. Einmal später zucken weit im Norden und Osten kupferfarbene Blitze zwischen den Wolken. Ein Spektakel, das es zum letzten Mal vor einem Jahrhundert zu bewundern gab, als der Königreich Kairos unterlag und es zum Nordreich wurde. Die Erdbeben der Stufen von ganz Terratos ist nach langer Zeit endlich abgeschlossen. Die Tears wurden verletzt, unifedig unter einem einzigen Banner. Die Worte von deinem Begrüßt reachen die Ere von Kairos. Wie ist deine Declaration von Fealte und Obedienz zu den Overlord. In answer to your surrender, Kairos' armies halt their advance on the Tears and withdraw to their garrisons. The majority of the Tears are united under your banner and old animosities put aside, for now. The whole of Teratis now finally rests in Kairos' grasp. The conquest is at long last complete. Kicherischer zur Schaustellung ihre Lebenstreue und Schmeichelei um deine Gunst. In der Masse der Sendschreiben befindet sich auch eine einzige, wortlose Nachricht, die das Siegel von Kairos trägt. In der deine Karte von Teratis, auf der alle bekannten Regionen der Welt jeweils dem Symbol eines Archonten zugeteilt sind. Dein Symbol befindet sich auf der Halbinsel der Stufen. Taten sprechen lauter als Worte und an dem gleichen Tag, an dem du Kairos' Karte erhältst, berichten deine Sperrer, dass die auf den Stufen zum Marschiden der Armeen umgedreht und sich aufgelöst haben. Du hast Kairos' Erlass erfüllt und die ganzen Stufen werden nun von einem einzigen Archonten regiert. Deine ehemaligen Rivalen haben sich entweder unterworfen oder sind dahin geschieden. Damit wurde der Burdekrieg beendet. Da sich auch nun die letzten Widerstände gegen Kairos' Herrschaft durch deine Führung überzeugen ließen, sind die Stufen nun unter deiner Koalition vereint. Die Fraktionen, die schlau genug waren dir zu folgen, stellen nur die überragenden Mächte der Stufen dar. Ungebrochene dienen dir als Miliz, während die Gilde der Erdtexte und der Eisengebundenen gemeinsam die Aufgaben des Wiederaufbaus in den Stufen angehen und Monumente deines Sieges errichten. Ein gewisses Maß an Wohlstand kehrt wieder in die problembeladenen Stufen zurück. Neben Hochmut konnten sich die Geschmieden nicht vorstellen, jemals besiegt zu werden, besonders dass ihre Gegner so unorganisiert erschienen. Die letzten Überbleibste der Legion wurden zerstreut, ihr General vernichtet, ihre Ehre so sehr beschädigt, dass sie nicht wiederhergestellt werden kann. Der Hohn, der ihren gedemüteten Renten folgt, zog sich sogar bis in die tiefste Bedeutungslosigkeit ein. Ein Schallachotekor mag so viele Mitglieder gehabt haben, dass sie dich nicht davon abziehen, sorgfältig zu zerstreuen, schluss den Kopf der Schlange ab und sanste jede Bande in das Chaos zurück, das sie gesät hatte. Wie sich die übrig gebliebenen Mitglieder der Horde beschäftigten, ohne einen Krieg kämpfen zu dürfen, wird zum Stoff für Albträume. Beim Krieger des Oberherrn war es ein schwieriges und erfahrenes Vertrauen, einer eroberten Nation zu gewinnen. Bei deiner Zuschaustellung von Loyalität brachte die den Respekt der zänkischen Gruppierung der Stufen ein und der Unterstützung, die du brauchtest, um die mitgenommenen Bewohner in Ordnung zu bringen. Deine Hilfe zu Kriegszeiten wird weitgehend als die einflussreichste Veränderungen in den Stufen seit Kairos Ankunft betrachtet. Wie wenn du die Zusammenarbeit mit den Rebellengruppen verdientest, hast du Kairos Plan erfüllt, die Stufen unter einem Banner zu vereinen. Der Kenntnis dieser Ironie lässt eine Menge Fragen offen über die Rolle, die du gespielt hast, allerdings finden sich nur wenige Antworten. Du arbeitest, um den Frieden in diesem neuen Heimatland zu sichern, dennoch verfolgt dich während deiner Strapazie der Verdacht, dass du Teil einer größeren Machenschaft bist. Jetzt kannst du nicht schlafen, weil du versuchst, dies zu ignorieren. Als der Dick des Steins aufgehoben wurde, senkt sich die Erde im Steinmeer wieder und deutet eine neue Ära von Fruchtbarkeit und Wohlstand ein. Das Land mag zwar nie wieder dem Herrlichen Reich Azur entsprechen, aber mit neuem Leben wird vieles möglich. Die Erinnerung an Kairos wird als große zerstörerische Kraft bleibt als Monument aus leblosem Fels bestehen. Meistens stimmen zu, dass die Welt ohne den Architonten des Steins besser dran ist und das Volk von Azur macht sich daran, das Land, das eins zu seiner Macht auseinandergerissen wurde, langsam zurückzugewinnen. Da du das Dick des Steins aufgehoben hast, stellst du sicher, dass das ehemalige Reich Azur wieder von Menschen besiedelt werden kann. Der Steinpüscherstamm wird nach und nach aus einem neuen Gebiet vertrieben und diejenigen, die sich wieder ersetzen werden, versklavt, um die neuen menschlichen Siedlungen aufzubauen. Als du die Erdhexen in deiner Armee rekrutiertest, stellte sicher, dass die Arkane Faust unversehrt blieb. Es war hilfreich bei der Verteidigung von Lithians Kreuzung, als Gravenracht seine Geschmähten angreifen ließ. Nach einem Sieg in den Stufen versucht Radix dieselbe Fehlstruktur bei den Erdhexen einzuführen, dem eine Geschmähten so gut gedient hatte. Möglicherweise bewirkten seine Staunen Regen in eine derartige Spannung in dem Orden, dass die Magel sich schnell in Stücke reißen. Da die Ungebrochenen nicht mehr länger von den Geschmähten, die eng getrieben sind, können sie zum ersten Mal seit Chaos Ankunft wieder in Frieden und Freiheit denken. Wir leiten ihr Volk mit der Gerechtigkeit und einem Verständnis, das in den Tagen des Agenten fehlte. Amelia und ihr Sprössling bleiben an den Ungebrochenen und versuchen mit vereinter Stärke das unbeugsame Land wieder zu seiner früheren Pracht zu verhelfen. Die Regentschaft ist zu Ende, aber ein Widerhalt der alten Würde und des Stolzes ist immer noch zu vernehmen. Es besteht Hoffnung für das ruttete Reich. Wo es einige Zeit dauern wird, bis sich das Land von der Verwüstung des Edictes Stürme erholt, beginnt das Klinggab, sein langsamer Weg zur Heilung. Das Reich der unwirksamen Landes wird vielleicht nie wieder seine frühere Pracht erreichen, aber es ist auch nicht so sehr zerstört, dass nichts Neues und vielleicht sogar Besseres auf dem Loch in seiner Vergangenheit gebaut werden könnte. Die Plutinien des Regenten ist nicht mehr, an ihrer Stelle ist Platz für neue Traditionen und Vermächtnisse. Deine Reisen brachten dich nie zum Brennen der Bibliothek, das bedeutet, dass das Edictes Feuer ist nach wie vor ungestört, die Welle um Zitadelle in ewige Flammen hüllt. Daher kann es wissen, außerhalb ihrer Reichweite Licht verfällt die Schulung von Zitofeder zunehmend und dein Name wird zu einem Fluch in ihren verbitterten Rängen. Neben Lathians Kreuzung, der ein Bündnis übergeben hat, verfällt die Stadt in einen Zustand häufiger Unordnung, der ab und zu durch etwas Ordnung aufflackert. Obwohl deine Verbündeten froh darüber sind, die Siedlung zu kontrollieren, wird es viel Zeit und Arbeit kosten, ihre Rivalitäten zu Kriegszeiten in der Sicht zu lassen, in ihre wahre gemeinsame Führungsrolle hineinzuwachsen. Nimmst du den Geisterbahnhelm nach Lathians Kreuzung zurückgebrachtest, hast du dafür gesorgt, dass die Geister nicht in die Stadt gelangen konnten. Erstes ist die Berorung eines Geisterangriffs vom Tisch. Die Siedler sind dankbar, dass sie befreit von dieser Gefahr ihr Leben weiterleben konnten, obwohl sie das Wissen darüber, wie nahe sie ihre Auslösung waren, verfolgt. Sie hoffen, dass du ihnen die Sicherheit wert, die du ihnen geschenkt hast. Hast du eine Kampfkraft der Schlacht und Lathians Kreuzung geliehen? In Anerkennung der Tatsache, dass der Angriff ohne deine Einmischung verheerend gewesen wäre, preisen dich die Siedler als ihrer Lösung. Statt für Tizian der Name Sirens Kreuzung verliehen und jeder, der Zeuge von der Schlacht war, spricht in höchsten Tönen von dir. Obwohl der Tod von Martani ein Schlag für die Wendrin Wache war, wird der Verlust als Heldentod angesehen, der die Einwohner rettete, die sie beschützen sollte. Geisengebundige dienen im Bund mit dir. Zum ersten Mal seit Beginn der Geschichtsschreibung können Männer und Frauen von südländischer Herkunft Eisenwaffen ergreifen und sich gegen die Unterdrückung von Tyrannen wehren. Gemutig durch deine Unterstützung bekommt der Gezeitenwürker Wedelstab eine dominante Rolle in der Bastardwunde und formt die unterirdische Gemeinschaft langsam zu einem verzerrten Spiegelbild der Akademie der Zeiten. Im Laufe der Zeit zieht die Wunde eine kleine Armee von Studenten und Suchenden an. Viele werden vom Versprechen des alten Mannes angelockt, dass jeder ausgebildet wird, der bereit ist, von ständig wachsender Siedlung hart zu arbeiten, ihre kleinen Farben zu bestellen oder sie gegen die ständige Bedrohung der Geiste zu verteidigen. Die Wunde wächst wie eine gut gegossene Pflanze. Es ist nur eine kurze Phase. Als der Angriff der Geister und der Patrouillen der Siedlung zunehmend ausdünnen, übernimmt Wedelstab bei der Verteidigung der Siedlung eine immer größere Rolle. Wie jeden Geist, den der Gezeitenwürger und sein kleiner Kaiser aus Schülern aber vertreiben und eliminieren, steigen drei weitere aus den Tiefen empor. Letztendlich fällt Wedelstab, als er ein gewaltiges, sich windendes Wesen aus matten grünem Licht mit in den Abgrund zieht. Plötzlich ohne Führung des Gezeitenwürgers dastehen, brechen der Wunde Machtkämpfer aus, die weitere Angriffe der Geister begünstigten, von denen nicht mehr viel übrig ist als ein paar verschreute Artefakte einer vergänglichen Siedlung, einem Ort, der niemals für Menschen vorgesehen war. Indem du an die Dichte über Wendingsbrunnen verhängt hast, hast du der Welt deine Macht offenbart. Zum Glück für die Bewohner von Wendingsbrunnen hat das lediglich langer Bestand, aber wird sich auf ewig daran erinnern, als die erste wahre Machtdemonstration von Chaos' neuesten Archonten. Graven-Arts-Tod bedeutet das Ende der Geschmähten. Ohne den Trost und die Unterstützung des Großgenerals versinken die Überreste der Legionen in Hoffnungslosigkeit. Das List des Archonten bleibt unbesetzt und ob er je wieder besetzt wird, sorgt wildige Debatten, weit weg von seiner letzten Ruhestätte betraut des Nordreichs einen gefallenen Sohn. Im Zuge des Todes von Nerats Stimmen verbreitet sich die Freude und die blutige Rache auf dem ganzen Kontinent. Wie anders wird von allen, die unter Unterdrückung des Schader-Roten-Kors gelitten haben, als Tod des größten Parasiten der Geschichte gefeiert. Trotz des Sieges ragt nagt ein Gedanke an dir. Obwohl du Zeuge seines Todes warst, dringt dich immer wieder die Frage, ob Nerats Stimmen mit dir fertig ist. Sonderrichter spricht weiterhin Recht von seinem Besitz in der Bastardstadt aus. Er folgt den Gesetzen, die du erstellst, wirst das letzte Detail und erteilt Rat bezüglich jeder kleinsten Änderung, die du mangelst Zeit und Geduld nicht aufgesetzt hast. Ohne seine Hilfe wäre die Aufgabe, die Ordnung in den Stufen auf sich zu halten, nahezu unmöglich. Der Tod Bredenmarks befreit die Welt von einem erstklassigen Mörder. Ein Schaummärchen weniger ist kein großer Verlust. Dennoch ertapst du dich immer wieder dabei, wie du in dunklen Ecken des Raums blickst und dich beobachtet fühlst. Bredenmark wird wo immer einen langen Schatten auf dein Leben werfen. Barg ist nun aus seinem verzerrten Panzer aus Bronze und Eisen befreit, scheint aber deswegen nicht weniger mürrisch zu sein. Er kann vom Benedikt der Stimme nur zögerlich Abstand gewinnen, denn einerseits blickt er in eine ungewisse Zukunft, andererseits hängt er mit den Entscheidungen nach, die ihn nie hergebracht haben. Der Notman hält sich weiter an den Eid, den er dir geschworen hat, indem er deine Streitkräfte ausbildet und sie auf dem Schlachtbett kommandiert. Wenn er deine Truppen auch nicht unbedingt lieben, ihren Respekt hat er zumindest. In den seltenen Phasen der Ruhe lässt er sich vom Dienst freistellen und mit Lingard nach gefallenen Söhnen und Töchtern des Nordens zu suchen, die er dann angemessen bestattet. Obwohl diese triste Tätigkeit wahrscheinlich bis in sein Lebensende beschäftigen wird, kehrt Barg von jedem seiner Ausflüge etwas gefestigter zurück. Da eine Ratsstimme nicht mehr ist und das Bedürfnis weggefallen ist, ihre Schwestern zu rechnen, entdeckt Lyra etwas, das zufriedenheitnah kommt. Eine Zeit lang bindet sie sie ganz oben auf deinem Turm, wo sie mit geschlossenen Augen und dem Gesicht gegen Horizontgewand im Wind steht, den Federn in ihren Haaren aufwirbelt. Es ist nur eine kurze Phase. Lyra stündet ohne Verabschiedung aus seinen Diensten. Als sie Monate später zurückkehrt, hat sie eine ungleiche Bande junger Frauen dabei, die überall in den Stufen rekrutiert hat. Bäuerinnen, Händlerinnen und frühere Adelige, die es nach Ruhm dürstet. Und alle haben geschworen, die blutigen Lektionen zu lernen, die Lyra zu vermitteln hat. Ihre immer herzlose Schwesternschaft wächst im Verdeich zum Chord nur langsam, aber jedes Mitglied zelebriert gewaltförmlich. Weil schon wenn Lyra und ihre Gruppe zu deinen gefürchtetsten Verstreckern erlangen fast Bladenmarks schreckliche Berühmtheit. So wie du Lantry aus der Verdorbenheit des Scharlach-Roten-Kors befreit hast, hast du ihm auch die Last der Geschichte abgenommen. Seiterweise nicht mehr auf die Bewahrung der Werke seiner Kollegen fixiert ist, konzentriert sich stattdessen mit neuer Kraft auf die Aufzeichnung der Gegenwart. Er wird so zu deinem beharrlichsten Biografen, manchmal schreiben seine Arbeit aber eher als Propaganda oder als Geschichtsaufzeichnung. Blendy verwendet die weniger wichtigen Seiten der Chronik zunehmend als Schreibmaterial und verwandelt die Geschichte der Weisen in Pampliste deines wachsenden Rooms und deiner unvermeidbaren Konferenz mit dem Oberherrn. Ob ein Lantry's Begutachtung manchmal unbehaglich stimmt, so rauben dir seine Zukunftsprognosen, die er mit Auge eines erfahrenen Geschichtskennens ableitet bis öfter in den Schlaf. App bleibt in einer Gesellschaft, wo sie vielversprechende Rekruten oder einen Anhänger ausmeldig macht. Nachdem sie ein offensichtliches Talent erkannt hat, nimmt sie sich eine Gruppe von Lehrlingen an und formt eine neue Schule von zukünftigen Zeitenwirkern. Obwohl sie es öfteren darüber scherzt, dass die Schule mit ihrem Bruder nur untergehen kann, wirken ihre Schüler anders von ihr und das tun auch die Dutzenden von Hoffnungsvollen, die an ihre Tür klopfen und ihre Anleitung bitten. Für den Schatten zert kein Interesse daran, die Stufen nach deinem Schlieg aufzuräumen. Stattdessen nimmt sie sich auf, sich jeden einzelnen geschmählten Soldaten im Langlauf zu spüren. Du hast unzählige Berichte von zerfleischenden und vermissten Soldaten aus Chaosregen für ihren Tier von längenderer Wildheit verantwortlich ist. Obwohl deine eigensinnige Gefährtin zweifellos finden könntest, lässt du sie gleichermaßen aus Suspekt und Furcht ihre blutige Arbeit fortführen. Da sie Bedrohung einer Kontrolle durch den Oberherrn verschwunden ist, hat sie ein Problem, mit ihrer Freiheit klarzukommen. Schlussendlich kommt ihr der rettende Einfall und sie bereist die Stufen, um kleine Dörfer zu besuchen, die durch Chaos' Besatzung verwüstet wurden. Sie sinkt für die ängstlichen und verletzten Dörfer, hebt ihre Stimmung und mildert ihre Ängste. Die Reue ihrer Mitbeteiligung an den Schrecken, die vom schadachroten Korb der Welt losgelassen wurden, spornt sie an und ihre Wunder werden immer eindrucksvoller. Die Gefolgschaft des Sinkvogels wächst und bringt ganz Terratus die Grunde von Frieden und Harmonie. Mit dem du vor aller Welt deine Loyalität gegenüber Chaos verkündest, ist die Oberung von Terratus zu den Oberlanden abgeschlossen. Das jahrelang Blutvergießen in ihren Stufen nimmt endlich ein Ende. Von deinem Platz hoch oben auf den oberhaltenen Turm überblickst du deine Lande. Du herrschst nun nach Chaos Dekret. Deine Erfolgsleute prahlen nur gerne mit der Macht des Edekts und Flüchtlinge hintereinander, dass irgendwann der Tag der Abrichtung kommen wird. Vorerst aber scheint der Oberhalt zufrieden damit zu sein, dich zum Ruhme von Chaos über die Stufen herrschen zu lassen. Das war Tyranny, ein Rollenspiel mit einer überaus interessanten Geschichte und einem sehr interessanten Einstiegskapitel und einer interessanten Welt und so. Das aber irgendwie so in den letzten Phasen seiner Geschichte so ein bisschen so wirkt, als hätten die Entwickler nicht genug Zeit gehabt, das noch zu Ende zu bringen. Irgendwie so, wo ist hier das richtige dritte Kapitel mit hier, wir müssen jetzt noch mal irgendeinen Dungeon bereisen und epische Gefechte abliefern. Wir haben jetzt so ein paar Kämpfe gegen Archeon gehabt mit so ein paar kleinere Schermütze davor, aber war das jetzt so wirklich alles? Also das Ende fällt so ein bisschen vom Himmel, vor allem zum Release dieses Spiels fiel das Ende noch viel mehr vom Himmel. Was wir hier gesehen haben an Handlung und auch am Ende kam erst nach Release dazu. Ich meine per kostenlosem Update und nicht mit einem der DLCs. Nämlich dieses, dass wir versuchen uns weiterhin mit Chaos gutzustellen und quasi Frieden und Ordnung in die Stufen bringen wollen, aber nicht Ambitionen haben die Stufen zur Rebellion gegen Chaos anzuleiten, sondern halt treue Gefolgsleute bleiben wollen. Ähm, es gab manchmal in diesem Durchlauf so Probleme, in denen man sieht, dass es eigentlich nur eine leichte Variation von diesem Rebellionspfad ist, den es schon von Anfang an in dem Spiel gab, aber dort hatte man halt dann schon quasi im ersten Kapitel dann die Wahl sozusagen so, ja gut, dann machen wir halt jetzt Aufstand gegen Kairos, das wird ja bestimmt gut und wenn wir Aufstand machen, dann machen wir bestimmt andere Aufstand und Aufstand, Aufstand und so. Äh, ich war mit diesem Pfad am meisten zufrieden von den Pfaden, die das Spiel hat. Ich geh gleich nochmal auf die anderen möglichen Pfade ein, aber trotzdem fand ich das viel auch so ein bisschen aus freiem Himmel so. Ich meine, wenn ich schon unter jemanden arbeite, der so ziemlich fast die ganze Welt kontrolliert, halt dann jetzt zu sagen, so wir machen jetzt Rebellion, weil vielleicht, ähm, gerne dann noch andere aufhalte ich für gefährlich. Ja, und ich ziehe mich, ich habe jetzt hier das gemacht, was so eher meinem Naturell, glaube ich, in dieser Situation entsprechen würde, halt zu sagen, ich versuche für die Leute, die ich zuständig bin, das Beste möglich rauszuholen, indem ich halt nämlich nicht der sehr verzerrten und ziemlich bösen Philosophie von sowohl den Geschmähten als auch dem Schadach-Roten-Core unterwerfe, aber halt auch nicht versuche jetzt hier die super idealistische Schiene von wegen jetzt hier, wenn wir nur genug aufbegehren, dann wird Chaos uns schon in Ruhe lassen, weil Chaos ist bestimmt zufrieden nach allem, was bisher passiert ist, dass wir diesen kleinen Teil der Welt für uns haben und Chaos für den Rest der Welt hat, ne, so läuft das doch. Von daher, mh, ne, ich finde nicht. Viel hätte sich nicht geändert, außer dass ich halt, außer dass halt im Wortlaut hätten wir halt deutlicher ausgedrückt gehabt, dass wir halt gegen Chaos arbeiten, hätten halt länger so getan, als würden wir noch für Chaos arbeiten, aber eigentlich schon andere Sachen planen. Hier habe ich, glaube ich, soweit es wie möglich war, relativ konsequent halt die Argumentationslinie weiterverfolgt, dass wir uns eigentlich stets noch als treuer Diener gesehen haben, der halt ein bisschen einen exotischen Pfad gewählt hat, weil wir das Unall gesehen haben, dass die Geschmähten und der Scharlach-Rote-Chor angerichtet haben und wenig Interesse hatten, uns, äh, ihren Philosophien zu unterwerfen. Den zu folgen wären natürlich die anderen beiden offensichtliche Pfade gewesen, dass man halt am Ende des ersten Kapitels entweder, ähm, die Geschmähten unterstützt oder den Scharlach-Roten-Chor, dann von, dann daraufhin ausgehend geht das Spiel dann weiter, ähm, während welchen Pfad man verfolgt, besucht man ein bisschen unterschiedliche Gebiete oder die gleichen Gebiete, aber sieht die von einer anderen Perspektive aus, was eigentlich ganz nett ist und diesem Spiel so einen gewissen guten Wiederspielwert gibt, muss ich sagen. Also, ich meine, der Durchlauf jetzt hier war für ein episches, äh, CRPG halt jetzt nicht so besonders lang, aber, ähm, bevor ich diesen Durchlauf angefangen hatte, hatte ich, glaube ich, schon so irgendwie so 130 Stunden halt damit das Spiel mehrmals durchzuspielen, alle Pfade durchzugehen und so. Also, von daher, dieses Spiel speist sich halt nicht aus dem, wir haben einen epischen Durchlauf, sondern wir haben halt verschiedene Möglichkeiten und, äh, können die alle mal durchgehen und die unterscheiden sich auch gut voneinander. Allerdings sind einige von diesen Wegen relativ verstörend, weil wir halt ständig Kompromisse machen müssen, mit, äh, zwischen was wir als Menschen denken, die nicht in einer so tristen und, ähm, so von bösen dominierten Welt wohnen und, ähm, den Gegebenheiten hier, wo halt auch einfach mal Leute umgebracht werden, weil ihr dient nicht Kairos, ihr habt nach Gesetz habt ihr keine Rechte und ihr lehnt jetzt auf, alle umbringen. Ja, also, das ist schon ziemlich hartes Brot. Interessanterweise, nach den Achievements auf GOG, ist der Pfad, den die meisten Leute verfolgt haben, ist interessanterweise der der Geschmähten. Ein Stück weit kann ich das verstehen, ähm, die machen so noch ein bisschen so, sagen wir mal, den ehrenhaften Eindruck. Ich meine, sie sind auch böse, sie haben überhaupt gar keine, ähm, überhaupt gar keine, ähm, sagen wir mal, Inhibitionen, um irgendwie nicht die armen Leute hier in dem Gebiet umzubringen, sobald die auch nur den geringsten Widerstand leisten, ja. Aber immerhin, ich meine, sie sind gut organisiert, sie sind untereinander nett, und wenn man als Schicksalswinder mit denen länger zusammenarbeitet, dann ist man zwar immer noch nicht auf einer Stufe mit ihnen, aber sie können ein wenigstens einigermaßen nett akzeptieren und sowas. Von daher ist das, was man da macht, teilweise schon ein bisschen heftig, aber bei weitem nicht so verstörend wie das, was man im Schaler-Roten-Chor-Durchlauf macht, weil unter dem Rad zu arbeiten ist, gelinde gesagt, eine geistige Zumutung, und, ähm, ja. Und dann gibt's auch noch einen vierten Weg, auf den wir immer zurückgreifen können, egal auf welchen Weg wir sind. Wir hatten zwischendurch öfter mal in Dialogen so Optionen gehabt, ähm, mit Allianz betrügen und sowas. Wenn wir das machen, kommen wir auf den vierten Pfad, in dem wir quasi einen Weg nur für uns alleine bahnen, dass wir halt keine Unterstützung einer großen Gruppierung haben oder, wie wir hier gesehen haben, versuchen, eine Allianz aus den vermeintlichen Widersachern aufzubauen, sondern wir halt einfach nur sagen, wir sind möglichst darauf aus, Macht für uns selbst zu sammeln, indem wir halt irgendwelche mächtigen Artefakte sammeln und dafür sorgen, dass Leute Angst vor uns haben. Interessanterweise spielt Bladen Mark bei diesem Durchlauf einen sehr wichtigen Einfluss, der quasi dort, ähm, als unser oberster Berater fungiert und, äh, man dort sieht, dass er noch einige Rechnungen mit diversen anderen Leuten offen hat und hofft, dass er die mit Hilfe von uns umsetzen kann. Das ist, ähm, von der Idee her ist der Weg ganz nett, allerdings läuft das halt oft dazu hinaus, dass wir in gewisse Gebiete gehen und eigentlich so ziemlich alle Leute umbringen, weil die Geschmähten hassen uns, der Korps hasst uns, weil wir die verraten haben ebenso, und, äh, die Leute da haben auch super Angst vor uns, weil wir immer noch vom, weil wir immer noch dem Oberherrn folgen, also, so effektiv bringt man eigentlich so ziemlich alles um, was einem über den Weg läuft und nicht, und nicht, äh, bei drei auf Schreien hinter die, äh, hinter die nächste Ecke verschwindet. Also, ja, hm. Äh, gut. Aber das war's dann soweit mit Tyranny. Äh, äh, erzählt mir doch in den Kommentaren, was ihr von dem Weg gehalten hättet. Ähm, wie gesagt, ähm, moralisch, in eine moralische Entscheidung, um dieses Spiel zu treffen, ist schwierig. Ich würde euch auf jeden Fall dieses Spiel sehr empfehlen und versuchen, da mal euren eigenen Weg zu finden. Aber, ich hab von vielen Leuten gehört, dass sie teilweise einen Pfade angefangen haben und dann irgendwann verstörend gesagt haben, so, nee, das kann ich jetzt wirklich nicht mehr mittragen, was wir hier machen wollen. Ja, weil man muss immer weiter, so quasi seine eigene moralische Position weiter verschieben in eine böse Richtung und irgendwann ist man dann soweit, so, okay, okay, ich mach's einfach, ich mach's einfach jetzt. Ja, ich will einfach nicht mehr, Mami. Deswegen, das Spiel ist faszinierend von diesem Gesichtspunkt aus. Ähm, aber, es hat halt schon auch so seine Macken. So, vor allem, dass so der dritte Akt ein bisschen so sehr aus dem Himmel fällt und noch nicht mehr viel passiert. Aber es hat interessante Ideen, hohen Wiederspielwert. Ähm, jo. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich als nächstes Projekt angehen wollen würde. Da... müsst ihr euch leider überraschen lassen, jetzt wenn ihr das hört. Äh, vielleicht hab ich bis dahin noch eine Ankündigung gemacht, man weiß es nicht. Aber, wir sehen das dann bei einem nächsten Folge, nächsten Projekt. Bis denn, tschöp! Bis denn, tschöp!